Moin moin und hallo zu einem neuen exklusiven Hörbericht von Mystery Facts. Heute geht es um einen wahrlich gruseligen, bizarren Bereich des UFO- und Alien-Phänomens. Wahrscheinlich sind euch diese Fälle schon bereits bekannt, aber wenn nicht, dürfte euch das zumindest etwas aus der Ruhe bringen, was sich so alles auf unserer kleinen Erdoberfläche abspielt. Aber jetzt kommt erstmal das Intro und dann hören wir uns schon gleich wieder. Viel Spaß beim Zuhören! Dass in manchen Fällen, die die Phänomene rund um UFO- und Aliensichtungen betreffen, so manches Mal tödlich ausfallen, dürfte euch bekannt sein. Ob dies aus einem gewollten Hintergrund der Besucher passiert oder unbeabsichtigt ist, ist nicht immer greifbar. Doch manche Vorkommnisse dieser Art, gerade im Zusammenhang mit Nutztieren, sind so dermaßen bizarr und berechenbar, dass es unbestreitbar diese Fälle gibt, die einen gewollten Hintergrund sehr nahe legen. Im heutigen Exklusivhörbericht werden wir nicht einmal übermäßig in die Vergangenheit gehen müssen, um dies festzustellen. Eine wahre Schwämme solcher Verbrechen an irdischen Lebewesen, in diesem Fall Viehbeständen, geschah im Zeitraum 1999 bis 2003 und 2006 bis 2009 auf den südamerikanischen Kontinent. Obwohl, geschah es die falsche Zeitform. Es geschehen bis zum heutigen Tag diese besagten Fälle, die mal mehr, mal weniger diese Schemata aufweisen. Aber damit wir uns vorerst dem Thema nicht im zu gigantischen Maßstab annehmen, konzentrieren wir uns lieber auf die besagten Zeiträume in diesem Bericht. Unser erster Halt führt uns zu dem unglaublichen und brutalen Vorfall, der sich im Jahr 2002 südlich in der Region Cordoba in Argentinien ereignet hat. Ein Bauer, welcher wegen Angst vor medialen Bedrängnis sich nicht zu erkennen geben wollte, rief im Winter, das Gebiet liegt auf der südlichen Halbkugel, dazu auf einer Hochebene, die Polizei, da er eine schockierende Entdeckung machte. Über Nacht hatte sich einer seiner Kuhherden auf der Koppel dezimiert. Es sei ihm aufgefallen, als er am jenen Morgen zu dieser fuhr, um nach dem Rechten zu sehen. Die gesichteten Tiere machten hierbei einen gestressten, erschöpften Eindruck. Der Farmer erkundete das gesamte abgesteckte Gebiet, konnte aber kein Loch oder andere Indizien am Zaun auswendig machen. Laut Protokoll vernahm er alsbald erstickende Ruflaute, welche nur von Kühen kommen konnten. Bei dem Versuch, dessen Ursprung auszumachen, kam er alsbald zum stationierten Wassertank seines Hofes, wenige hundert Meter von der Koppel entfernt. Was der Bauer dort vorfand, war wohl das grausamste, was er je erblicken musste. Die verlorenen Kühe, wie sich später herausstellte, 19 an der Zahl, befanden sich im Wassertank. Es war unbegreiflich, wie die Tiere dort hineingelangt sind. Nicht nur, dass sie einen unter Strom stehenden Zaun hätten überwinden müssen, der, wie wir ja wissen, vollkommen intakt war. Nein, die Öffnung des Wassertanks war außerdem viel zu klein, um sie dort ohne Probleme einfach durchzubuxieren. Neun der Kühe waren bereits verendet, die restlichen durch die nächtliche Kälte, die sie wahrscheinlich dort verbrachten, sehr geschwächt. Zu diesem Vorfall konnte sich keiner so recht einen Reim drauf machen. Auf natürlichem Wege war das alles unerklärbar. Man bedenke, dass die Kühe teilweise schon aufeinander gestapelt sein mussten, damit sie im Tank hineinpassen. Vielleicht sind sie ja von oben hineingelangt. Fakt ist, zu dieser Zeit, auf diesem Kontinent, passierten immer wieder solche Verstümmelungen und, nennen wir sie mal, Streiche, gerade an den Orten, wo besonders viel Vieh gezüchtet wurde. Wie man sich denken kann, wurden auch im gleichen Atemzug viele UFO-Sichtungen gemacht. Die Kühe im Wassertank sind hierbei ein besonders krasser Fall, wenn man bedenkt, dass der Klassiker hier meist einzelne Tiere sind, welche mit zahlreichen Knochenbrüchen und teilweise blutleer vorgefunden wurden. Keine natürliche Erklärung. Bei unserem nächsten und letzten Fall gibt es zwar eine natürliche Erklärung, diese scheint aber im Anbetracht der Gegebenheiten eher an den Haaren herbeigezogen, wie wir sehen werden. Hierbei sind absurd viele Tiere abrupt ums Leben gekommen, nämlich 52 Stück. Aufgefunden wurden sie an einem Mittwoch des 22. Oktober 2008 in der Nähe der uruguayischen Stadt Libertad, Rico Valdes. Auch hier wollten die betroffenen Farmer nach dem Rechten schauen, als sie die Tiere, wie auf einer Perlenkette aufgezogen am Zaun, tot vorfanden. Angeblich, so die Erklärung, sollen die Tiere sich am Zaunende als Gruppe versammelt haben, um sich vor einem aufkommenden Gewitter zu schützen. Hierbei soll ein Blitz direkt bei ihnen eingeschlagen haben, welcher sie dahin raffte. Doch hinkt diese Erklärung an einigen Stellen. So ist es für Kühe untypisch, dass sie sich unter freien Himmel versammeln, wenn ein Gewitter aufzieht. Eher würden sie sich unterhalb eines Baumes platzieren. Hinzu kommt, dass sich die Tiere als Traube versammeln würden, nicht diszipliniert aneinandergereiht. Auch dass es mehrere Bäume auf der Koppel und in unmittelbarer Nähe gab, welche den Blitz eher angezogen hätten. Aber diese ganze Erklärung ist dorthin gehend hinfällig, wenn man bedenkt, dass es an jenem Abend oder Nacht gar kein Gewitter in der Region gab. Aber wenn es hierzu keine vernünftige Erklärung gibt, auf welche Art und Weise soll es dann geschehen sein? Mit dieser Frage lasse ich euch dann lieber alleine, Mystery Freaks. Aber so viel sei gesagt, auch hier wurden der Bewandtnis passend typische Sichtungen gemacht, die einen unnatürlichen Hergang wahrscheinlicher machen. Dies war also unser Exklusivhörbericht. Hoffentlich hat euch dieser zugesagt. Ansonsten sage ich auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Euer Mystery Facts Team und bis zum nächsten Mal. J� Bibel Ninja Turco und den Bируke